Wenn du Fashion Fantasy 14 spielen willst, dann ist Projizieren und Färben das Wichtigste, was du haben kannst. Färben ist hierbei das relativ, sagen wir mal, Offensichtliche. Du änderst einfach die Farbe von bestimmten Items, die du trägst. Das ist nicht bei allen Items möglich. Körper-Items, die oben rechts einen kleinen Kreis haben, die sind alle färbbar. Projizieren ist nicht so einleuchtend, wenn ihr zum ersten Mal ein MMO gespielt habt. Projizieren ist, ihr wählt ein Teil aus, das ihr tragt und lasst es so aussehen, als wäre es ein anderes Teil, das ihr besitzt. Das hat den Vorteil, dass ihr die Stats vom guten Item behaltet, aber das Item sieht vielleicht scheußlich aus und ihr könnt es dann vom Aussehen her ändern, aber behaltet die guten Stats. Das nennt man Projizieren. Um die Projektion und das Färben zu erlernen, müssen wir im westlichen Tarnalan bei Svirgeim zwei Quests abschließen. Einmal die Farbenlehre, die uns das Färben beibringt und einmal schöner Schein, die uns das Projizieren beibringt. Die Quests sind dabei ein Witz. Ihr müsst der guten alten nur einen Orangensaft bringen, glaube ich, die ihr da beim Crema nebenan direkt bekommt und das war's. Anschließend gibt ihr euch einen Haufen Farben, mit denen ihr das Färben testen könnt. Ich glaube Rot, Gelb, Blau und Projektionsprismen, mit dem ihr eure erste Projektion machen könnt. Färben ist hierbei relativ eindeutig. Du rechtsklickst einfach dein Item, wählst Färben aus, dann hast du dann eine Palette von Farben. Du kannst dir die auch angucken, wenn du die Farbe nicht besitzt und dann kannst du das Item einfach färben. Projizieren kann auf zwei Arten gemacht werden. Die erste Art ist die schnellere, aber ineffizientere. Das ist einfach, du rechtsklickst dein ausgewähltes Item, das Item, was du gerade trägst und projizierst dann auf der rechten Spalte das Item, wie du gerne hättest, dass es aussehen würde. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr ein gutes Item von den Stats her habt, was aber scheußlich aussieht, dass ihr das einfach vom Aussehen ändern könnt, aber die Stats dabei behaltet. Die zweite Methode, die viel effizienter ist, aber ein bisschen länger dauert und ein bisschen komisch zu verstehen ist, sind die Projektionskommoden in euren Gästezimmern. Ihr könnt in jegliches Gästezimmer gehen. Achtet nur darauf, dass ihr vorher jeden Gegenstand repariert habt, der in eurem Inventar ist. Nicht jeden Gegenstand, der in eurem Inventar ist, aber jeden, den ihr projizieren wollt. Da könnt ihr einfach beim NPC davor Reparatur, einfach alles einmal durchreparieren, das kostet ja kaum was. Und dann könnt ihr in eure Projektionskommode gehen. Hier in der Projektionskommode können wir einmalig ein Projektionskristall benutzen, um ein Item in die Projektionskommode reinzukriegen. Den können wir da jederzeit wieder rausholen, falls ihr den irgendwann mal wieder raus haben wollt. Aber dann müsst ihr ein weiteres Projektionsprisma bezahlen, um es wieder rein zu tun. Aber der springende Punkt ist hierbei, dass ihr nur einmal ein Projektionsprisma benutzen müsst. Wenn ihr jetzt einen Helm tragt und den immer wieder ändern wollt, mal so, mal so, mal so, dann habt ihr ganz schnell zehn Projektionsprismen verballert, dann ganz schnell 100 Projektionsprismen verballert und so weiter und so fort. Das heißt, wir können unsere Gegenstände mit einem Projektionsprisma in die Projektionskommode rein tun und dann aus den Gegenständen, die in der Projektionskommode sind, Projektionsplatten erstellen. Das sind eigentlich sowas wie Kostüme, Overlays. Kann man dann einfach zusammenwürfeln, wie man das gerne hätte und färben, wie man das gerne hätte. Im Hintergrund seht ihr das wahrscheinlich die ganze Zeit, wie ich da rumspiele und verschiedene Sets gebastelt habe für verschiedene Klassen. Der Vorteil davon ist, wenn ihr dann einmal ein Set erstellt habt und damit zufrieden seid, könnt ihr das speichern und das außerhalb eurer Projektionskommode in eurem Arsenal immer wieder ändern. Das heißt, wir können hier Paladin Outfit 1 glemmern, Paladin Outfit 2 und hin und her switchen, ohne dabei Projektionsprismen zu verballern, außer die, die wir einmalig benutzt haben. Ein weiterer Vorteil von dieser Methode ist auch, dass euer Arsenal nicht zugekackt wird mit Items. Das heißt, ihr könnt da immer wieder Platz schaffen. Die Projektionskommode hat 400 Plätze frei. Das ist mehr als genug. Könnt ihr alles reinschmeißen, was ihr vielleicht mal projizieren wollen würdet und ihr kriegt keine Klaustrophobie, wenn ihr euer Arsenal aufmacht, so wie ich. Solltet ihr jetzt noch einen Schritt weiter gehen, kann man das Ganze auch in Makros schreiben, so wie ich das hier gemacht habe. Ich benutze ja für mehrere Healer das gleiche Outfit, will aber verschiedene Outfits tragen. Das heißt, ich will als mein Scholar will ich anders aussehen als mein White Mage und als mein Astro will ich auch anders sehen als beide anderen. Und da kann man einfach ein Makro schreiben. Ich zeige das hier im Hintergrund mal. Ich mache es auch in langsam oder groß. Das heißt, ihr könnt ein Makro schreiben mit slash Gearset und dann die Nummer von eurem Gearset. Das ist quasi, wenn ihr euer Arsenal aufmacht, die Nummer in der Liste. In dem Fall wäre das jetzt 4. Und dann macht ihr eine Leertaste dazwischen und schreibt die Nummer von eurer Projektionsplatte, die ihr haben wollt. In dem Fall ist das 9. Das heißt, ihr macht slash Gearset, 4, 9. Und dann in der zweiten Zeile könnt ihr noch, das ist kein Muss, das Icon bestimmen. Einfach auch mit 5 Gearset, also Makro-Icon, 5 Gearset. Dann sieht es aus wie das Scholar-Symbol, weil er nimmt quasi die Information aus dem Gearset 5 von dem Icon. Dann könnt ihr dann so ein bisschen bestimmen, wie das Icon aussieht. Das heißt, wir können auch mehrere Makros schreiben mit verschiedenen Projektionsplatten für den gleichen Job, um immer zum Beispiel hier auf dem Paladin hier hin und her switchen zu können, je nachdem, wie man gerade aussehen möchte. Weil ihr euch letztes Mal so gefreut habt über die Websites, die ich euch genannt habe, die ihr nicht kanntet, kommen wir jetzt zum nächsten Website, die ich immer benutze, wenn es um sowas geht, wenn ihr genauso unkreativ seid wie ich oder einfach Inspiration sucht. Das ist Eosea Collection. Der Link davon wird diesmal auch in der Beschreibung sein. Nicht wie letztes Mal. Und hier kann man nach Gearsets oder Glamours filtern. Gearsets sind einfach ganz normale Sets, wie ihr das Game halt anbietet. Falls ihr die nicht kennt, könnt ihr einmal durchgucken, ob euch da was gefällt. Und dann gibt es auch den Reiter Glamours. Glamours ist quasi von Privatpersonen, die sich da angemeldet haben. Die machen dann Screenshots von ihren Glamours und laden das da hoch. Und da könnt ihr euch Inspiration suchen und das einfach abgucken. Jetzt kann man hier zum Beispiel filtern. Equippable Buy bei den verschiedenen Jobs. Ich bin ein White Mage. Du kannst auch Show-Only-Selected-Jobs anzeigen. Das heißt, du kriegst dann auch nur White Mage-Stuff. Wenn du das Häkchen nicht setzt, würden wahrscheinlich mehrere Healer kommen oder Sachen, die jeder Job anziehen kann, etc. Da drunter, wo mein Kopf gerade ist, könnt ihr die Level-Range einstellen. Also wenn ihr nicht Max-Level seid, sondern Level 55, könnt ihr da Level 1 bis 55 eintragen. Und dann werdet ihr Sachen angezeigt bekommen, die nur ihr quasi auch tragen könnt. Weil sonst seht ihr manchmal was, was cool ist. Und dann wollt ihr das unbedingt tragen, aber ihr könnt noch nicht, weil ihr seid nicht das angepasste Level dafür. Ich bin aber jetzt diesmal in diesem Fall Level 80. Dann haben wir hier oben noch coole Optionen, nämlich Order bei Newest oder Loves. Loves sind quasi Likes. Und wenn ihr nach Loves sortiert, seht ihr meistens den coolen Shit, den die Leute halt zu Tode geliked haben. Und bei Newest ist dann so ein kleiner Mischmasch von Sachen, die halt ganz neu sind und einfach eklig aussehen. Oder halt manchmal sind da auch ein paar Hidden Gems dabei. Ich order jetzt einfach mal bei Loves und Genders Female. Und dann sehen wir hier, okay, das Set sieht eigentlich übertrieben cool aus. Dann klickt man das an. Der User hat jetzt nur einen Screenshot hochgeladen. Und hier stehen dann die ganzen Items, was er dabei trägt. Wenn ihr die Items anklickt, kommt ihr auf eine Website, die euch sagt, woher ihr das bekommt. Also sagen wir mal, ich klicke auf die Void Arc-Robe. Dann kommt die offensichtlich vom Void Arc. Das ist der Level 60er-Rate, Allianz-Rate. Und ob die Sachen gedeiht sind oder nicht. Die sind jetzt alle undiht. Das heißt, die kommen alle in dieser klassischen weißen Farbe. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr einfach mal ein bisschen runter scrollen. Okay, hier ist was Grünes, so ein Druiden-mäßiges Outfit. Sehr viel weiß, aka White Mage. Sowas hier zum Beispiel. Das sieht halt auch cool aus mit der neuen Relic. Die erste Stufe, die funkelt. Die erste funkelnde Stufe von der neuen Relic. Und hier sieht man dann, okay, das ist das Neo-Ishka-Top. Hätte ich jetzt auch erkannt. In Nofika Green. Das ist also gefärbt. In einer bestimmten Farbe. Dann die Armteile sind in Kobalt-Braun gefärbt. Und so weiter und so fort. In Grim Collection. Das heißt, ihr könnt das Set quasi eins zu eins nachbilden. Oder wenn ihr sagt, okay, die Armschienen gefällt mir nicht, da habe ich eine bessere Idee. Könnt ihr das natürlich auch nach eurem Geschmack anpassen. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht nur für den White Mage machen. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, okay, ich suche geile Dragoon-Armor. Gender ist mir hierbei egal. Da werden euch hier Sachen angezeigt. Die halt für den Dragoon. Das sieht nice aus. Sieht auch cool aus. Könnt ihr euch da so ein bisschen durchgucken. Gucken, habe ich die Teile schon? Wo kriege ich die Teile her? Schauen wir mal beim Baden vorbei. Das ist ein cooles Set. Das trage ich fast genauso. Hier sind ein paar coole Sachen dabei. Das ist ein richtig cooler Schal. Schauen wir mal beim Paladin. Da kann ich euch vielleicht zeigen. Genau hier. Hier habe ich das Schild her, was ich für mein 1-Paladin-Set benutze. Das Schild fand ich mega nice. Dann habe ich ein kleines Set drumherum gebaut. Und ja, wenn ihr hier ein bisschen durchscrollt, dann findet ihr insane Sets, die eurem Geschmack auch entsprechen. Das hier ist fast eins zu eins, das was ich getragen habe. Manche Sachen sind wahrscheinlich auch ein bisschen leichter und schwieriger zu bekommen. Ich gehe mir davon aus, dass das hier ein Relic aus Heavensward ist, was nicht so leicht zu bekommen ist. Aber ja, dann müsst ihr für euch selber entscheiden, wie viel Zeit ihr da rein investieren wollt. Das Ganze ist relativ selbsterklärend. Wenn ihr aber dennoch Fragen dazu haben solltet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen, wenn ihr noch kein Teil der Crew seid. Das Ganze ist relativ selbsterklärend, wenn man sich da einmal reingefuchst hat. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu haben solltet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Sonst würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr noch kein Teil der Crew seid, dann ist Abonnieren eine wunderbare Möglichkeit, mich zu supporten, die nichts kostet. Das Ganze ist relativ selbsterklärend, wenn man sich da einmal so ein bisschen reingefuchst hat. Wenn ihr da noch Fragen dazu haben solltet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich beantworte da eigentlich alles. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch kein Teil der Crew seid, ist Abonnieren eine Möglichkeit, mich kostenlos zu supporten, die mir unglaublich hilft. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und viel Spaß beim Fashion Fantasy 14 Contest draußen in Eos Air. Und viel Spaß beim Fashion Fantasy 14 Contest draußen in Eos Air.